Willkommen zurück zu einer neuen königlichen Folge God of War. So, freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Natürlich auch ein Dankeschön an all die königlichen Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir müssen einen Drachen retten. Ihr Kleine sagt es. Ha! Retten wir einen Drachen. Hier oben waren wir schon, ne? Ja. Gut, hier geht's weiter. Und dann bekommen wir eine Rüstung. Okay, Drachenscheiße enthält Macht. Gut. Ja, Kleiner. Extrem mächtig. Der Kopf zieht dich ein wenig auf. Oh, wusste ich doch nicht. Der Kopf zieht dich ein wenig auf. Oh Mann. Ja, Drachenscheiße, super mächtig. Moment. Moment. Ich wechsle auch die Waffe, Kumpel. Endlich. Der schlägt noch x-mal zu, obwohl ich ein paar Mal auf Wechseln drücke. So, geht doch. Da oben habe ich eine Kette gesehen. Wie komme ich an die Kette ran? Ist die Kette wichtig? Wahrscheinlich ja. Aber im Moment ist die Kette nur eine Kette. Und der Drache nur ein Drache. Und Scheiße bleibt immer noch Scheiße. Von überall kommen sie. Guck mal hier. So, erstmal hier Kut gegeben. Alles klar. Hier oben rennt noch einer rum. Der Kleine besiegt den Solo. Junge, ich bin stolz auf dich. So machst du deinem Vater wirklich Ehre. Okay, warte mal. War hier schon wieder eine Kette? Alles klar. Aber wir kommen nicht an die Kette ran, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, das könnte hier ein sehr verwirrendes Gebiet werden. Mal sehen. Jetzt können wir erstmal hier durch. Und da sollen wir rein. Ich hoffe, diese legendäre Rüstung ist all die Mühe wert. War Ben Brock und Sindri sie gemeinsam herstellen? Ist sie den Aufwand bestimmt wert? Vertraust du nicht wenigstens ihm? Ich vertraue dir, Atreus. Der Legende traue ich nicht. Oh. So, wir vertrauen im Grunde niemanden. Ich würde nicht mal Atreus richtig vertrauen. Blaues Feuer. Was macht das? Es leuchtet blau. Kleiner. Es geht rund. Mach mal ein Brokkoli. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte. Hat er gerade gesagt, frisst Dreck? Das ist schon frech. So, hier eingefroren. Und komplett vernichtet. Läuft doch. Gar keine Chance mehr gegen uns hier, die Gegner. Ich bin eine absolute Maschine. Okay, wo bin ich hier? Was genau? Hier ist also auch irgendein Rohstoff. Und ich glaube, hier rennen wirklich noch richtig viele, richtig böse Gegner rum. Jetzt hole ich mir erstmal die Truhe hier drüben. Dankeschön. Äh, was haben wir hier? Wind. Alles klar. Kratos setzt auf Windenergie. Und du? Interessiert den neu, ha? Nein, interessiert den neu. Geht soweit. Autsch. Gib mir mal so ein Teil hier. Nein, ich werfe daneben. Ich werfe daneben. Perfekt. Und, wo sind deine Brocken? Hier. Von der rechten Seite. Alter, ich habe sie nicht getroffen, oder? Ich versuch's. Aber der geht immer perfekt in Deckung, der Dude. Ne, das bringt gar nichts. Ich muss wirklich in seinen Schlot werfen. Der ist super nervig. Der ist super nervig. Kleiner, schieß doch mal da rein. Au. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Komm, dreh dich mal um. Ja, es ist explodiert in meiner verdammten Hand. Da lag da noch einer von denen. Ich versuch's, aber ich seh nicht gut aus. Das wär meine Chance gewesen. Ich hätt ihn noch einmal gut treffen müssen. Okay, Vorsicht. Wenn ich rage, kann ich ihn damit beschädigen? Hab ich ihn noch mal getroffen? Ich glaub schon. Alter, der schenkt mir ein, der Typ. Hey, Riesenbaby. Komm schon, der hat noch nix mehr. Am nächsten Mal muss ich ihn einfrieren. Ist alles in Ordnung? Nee. Was? Oh, jetzt ist er wieder zu. Dass der so robust ist. Ich muss ragen. Oder vielleicht auch nicht. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Alles gut. Alles gut. Wow. Okay, ein Zauber hab ich bekommen. Und dann, was hab ich hier Schönes? Ein Symbol. Hohl, Stahl. Und dann, was hab ich hier? Ich hab ihn noch nicht mehr. Und keine Lebensenergie. Super, mega, geilo. Sag bloß, ich muss mit dem Wind einmal hier rüber. Das schaff ich doch nie. Gibt's noch einen anderen Weg? Ist das die Seite hier? Nein, es gibt, wie es scheint, keinen anderen Weg. Ist irgendwo ein Zwischenspeicher, wo wir das irgendwo noch zwischenspeichern können? Was ist hier drüben mit der Tür? Hier ist auch irgendwas. Irgendwann, irgendwie. Gut, ähm, was war denn das? Äh, Kratos, der Wind. Schaff ich doch nie in 10 Sekunden. Nee, der ist viel zu langsam. Okay. Das schaff ich nicht. Ja! Toxie! Okay. Okay. Der Mann hat eindeutig harte Aggression. Und hier ist dann auch nochmal Wind. Das ist doch... Ist das möglich? Wir gehen mal hier runter. Was meint ihr? Ist das möglich? Wo bin ich denn jetzt? Hier geht's aber nicht mehr wieder hoch. Oh, Mann, 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 Mann. Heilung ist das, mein Sohn. Das ist Heilung. Oder was meintest du? Ist noch irgendwas hier? Wie bekomme ich denn bitteschön den Wind darüber? Ich hab keine Ahnung. Wir schauen gleich nochmal. Wenn nicht, dann gehen wir mal an eine andere Station. Aber wie es scheint... Warte mal, wir gehen mal auf die Karte. Wir sind hier. Es ist irgendwo da oben. Aber der Wind öffnet halt eine interessante Tür. Gibt es irgendeinen Trick? Den ich nicht kenne? So, ich hab Wind. Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Das Einzige, was gehen würde, wenn hier nochmal eine Station wäre, wo ich es irgendwo speichern könnte. Ah, schau mal hier. Da fehlt ein Kristall. Alles klar. Wir brauchen ein Kristall für das Ding. Jetzt verstehe ich's. Die Frage ist nur, wo bekomme ich den Kristall her? Gibt der irgendwo hier drin rum? Haben wir hier noch irgendeinen Weg? Ne, hier ist nichts. Na gut. Wir gehen mal zu den anderen. Also irgendwo hier muss es ein Kristall geben. Den müssen wir finden. Und dann kommen wir da auch durch. Dann funktioniert's. Das heißt also, wir sind dann hier. Was haben wir hier Schönes? Nichts. Ich dachte schon, hier wäre irgendwas zugewuchert. Ein bisschen Rage-Energie. So, Moment. Gehen wir mal hier durchs große Tor. Schauen wir uns das Gebiet gleich nochmal an. Na, hier fehlt was. Hier kommen wir halt so gar nicht rein. Heilung. Na dann. Rüber zum Drache, Mann. Yo, Kumpel. Schnauze. So. Will noch jemand was? Oder sind alle bedient? Oh, verdammt. Noch eins. Brenn, du Scheiß-Ski. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, du Riesen-Baby. Immer schön auf die Fresse geben. Der lebt noch. Wow. Wow. Schieß auf den da oben, Junge. Sehr gut. Ein Monster weniger. Oh, so viele Ketten. Das ist so viel Zeug, so viel Krom. Ich war noch nicht mal ansatzweise beim Drachen. Okay, was haben wir hier? Der Junge kann echt gut springen. Für so einen kleinen Zwerg, oder? Alles klar, wieder ein bisschen Stahl und eine Schuppe gefunden. Alles klar, das ist nur eine andere Seite, aber derselbe Weg. Da ist er. Wie, an die Klöten lang? Ist doch egal. Alles klar. Verlegen wir mal den Laden hier. Und zwar auf die Grathos-Art. Ey, der ist immer noch am Leben, oder wie? Jetzt der Tod. Kleiner. Au. Erledige sie, erledige sie. Oh, diese eine da oben. Der macht ein echtes Leben schwer. Alter. What the? Ich brauche ein Brokkoli. Ganz schnell. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sie da oben tot. Gut. Jetzt, 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 jetzt. Und zack. 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 Alles klar, wer lebt denn jetzt hier noch? Du, ha? Ein harter Kampf. Oh, wow, 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 wow. Wie die mir einschenken wollen. Und was haben wir hier drüben? Glocken, toll, super, geil, freu ich mich. Schieß mal da dagegen, bitte. So, dann haben wir schon mal einer. Ey, das ist ja richtig krass, das Gebiet hier. Da hauen die nochmal alles rein, ne? Da hauen die nochmal alles rein. Kann man das zerstören? Wahrscheinlich nicht, das bleibt ja nicht mal kleben. Was bringt es hier dagegen zu schießen? Können wir da vielleicht irgendeine Kette bauen? Hier können wir aufmachen. Gehen wir mal hier hin. So, und hier drüben liegt irgendwas rum. Und wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier und da waren wir schon. Okay, das ist nur der Rückweg. Jetzt kümmern wir uns mal um die Glocken. Okay, eigentlich habe ich nur ein Problem. Und zwar die hier. Wie soll ich das hier zerstören? Weil die anderen, easy, zack. Ah, vielleicht muss ich Harz reinwerfen. Warte mal, wenn ich hier dagegen schieße. Moment, wir warten jetzt mal ganz kurz. Ob die dann auch bimmelt. Ja, alles klar. Ich verstehe es. Beschleudern da Harz rein. Kann ich Harz überhaupt mit hochnehmen? Kann man das da reinwerfen? Jo, es bleibt da sogar hängen. So, testen wir es mal, ob es funktioniert. Warte. Hier. Hier. Yes. Das hat ja sogar sehr gut funktioniert. Na also. Und wieder kommen wir hier einen Schritt weiter. Und ein bisschen Heilung. Perfekt. Boom. Langsam, langsam und zack. Ordentlich auf die Fresse gegeben im Scheißviel. Komm schon. Yes, baby. Alter, die Angriffe sehen so geil aus, die wir mittlerweile haben, oder? Die sind schon alle ziemlich fett. Hoch damit. Moment. Ich höre einen Vogel. Was ist schön, Kleiner? Ich höre einen Vogel, aber ich sehe keinen Vogel. Könnt ihr einen Vogel sehen? Ah, hier drüben. Boom. Was bekomme ich als Belohnung, wenn ich alle Vögel habe? Ich meine, da muss es ja eine mega fette Belohnung geben. Ich habe gerade mal die Hälfte jetzt. Rage. Ich brauche keinen Rage. Ich brauche... What the fuck is going on? Alles klar, ich brauche doch Rage. Oh mein Gott. Komm schon. Gib ihm, gib ihm. Ey, der Typ ist super robust. Alter, ist ja mal gut. Wow, 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 wow. Wo ist er hin? Alter, er dreht ja völlig am Rad. Stun ihn mal bitte. Rapp ihn nicht. Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Oh mein Gott, der ist richtig dreckig. Endlich, 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 endlich. Aber der Drache, der Drache, der Drache, der Drache, der Drache. Puh. Können wir alle mal ein bisschen entspannen? Kleiner, wir stehen genau in den Plätzen. So, und den Scheiß nehme ich natürlich auch noch mit. Wow, wow, wow. Okay, ich glaube, hier sind wir durch. Wir können rutschen. Weg von dem Mistvieh. Absolut weg von dem Mistvieh. Wir haben einen. Ich will die legendäre Rüstung. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Kristall auf der anderen Seite. Was ist das hier? Ach, da war er. Ja, der Einfluss des Zwergenkönigs war enorm. Was ihm wohl zugestoßen ist? Das ist ein großes Rätsel. Selbst unter den Söhnen Ivalds. Wurzelnir's Verhalten vor seinem Verschwinden wurde zunehmend unberechenbar. Warum? Die Dweckradikel. Die gleiche Rüstung, auf deren Suche ihr euch befindet. Zwei Zutaten konnte er finden. Doch sein Unvermögen, die dritte zu finden, trieb ihn in den Wahnsinn. Oh, kann ich verstehen. Ich bin auch kurz davor. So, in der nächsten Folge setzen wir hier ein Kristall ein, denn wie man unschwer erkennen kann, einer fehlt. Dann gehen wir hier rüber und dann geht's weiter. Dann befreien wir den letzten Drachen und holen uns die legendäre Rüstung. Lasst eine Bewertung da. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.